Gehen wir doch etwas? Also... So... Das ist völlig! Wenn er denn losbringt, ich bin eine Staatsperson. Ja, aber man kann ja sagen, dass sie die Geld, die mit der Post gekommen ist. Und wie wir wissen, was sie gehört. Passen Sie nur auf, dass er sie neben der Post zum Teufel schickt. Warum? Schauen wir hier eigentlich in Skadrot an. Ich weiß nicht, wie gescheiter für den Einzelnen und der Viert auch schon mit ihm recht. Ja, genau richtig. Ganz diskret so macht man das in einer besseren Gesellschaft. Und sie, Amos Fiatonowitsch. Sie machen das? Nein! Nein!